Dieser Workshop war ein permanentes... ...puch! Jeder, der den Michel kennt, der weiß, dass er ein Perfektionist ist. Er ist authentisch, er bringt einen weiter. Ziemlich unerbittlich mit deinen Kritiken. Grotten ehrlich, so wie es er sich gehört. Michel war sehr hart mit seinen Feedbacks. Nur so kann man, wenn man ein ehrliches Feedback bekommt, kann man sich auch weiterentwickeln. Ich habe genau diesen Arschstritt gebraucht. Und dass mir jemand sagt, du hast jetzt keine Wahl, du musst jetzt machen. Ja, mach dich sichtbar, sagt eigentlich schon alles, was dieses Seminar tatsächlich auch zu bieten hat. Das ist Persönlichkeitsbildung, Entwicklung. Unfassbar viel Wissen, das Michel mit allen seinen Teilnehmern auch offen teilt. Wenn man mal vorne steht und man wirklich mal konzentriert und nachdenkt, was man bringen kann und danach bekommt man sofort ein Feedback auf eine tiefe Ebene, das hat mir enorm weitergebracht. War das erste Mal, dass ich mit der Kamera gearbeitet habe. Aber es war schön, eine neue Herausforderung. Man arbeitet an sich selbst, an seinem Business. Man muss wirklich runtergeholt werden und sagen so, das war alles nichts und jetzt machst du es noch einmal. Und das finde ich sehr gut. Man muss einfach machen. Machen, vertrauen, ruhig bleiben und an sich selber glauben. Ich habe vieles für mich mitgenommen und Gott sei Dank, ich bekomme auch noch die Videos dazu. Und jetzt schaue ich mich dann noch an und verbessere mich noch. Und genau deswegen würde ich sagen, ist dieses Seminar jeden Cent wert, jede Minute wert. Aber eines kann ich euch sagen, er quält euch, wenn ihr hier vor der Kamera steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017